Ihr habt sicherlich gestern von dem Attentat auf Trump mitbekommen. Nicht zuletzt, weil ich direkt dazu ein Video hochgeladen habe und ihr auf dem gleichen Kanal gerade seid. Ich war zwar leider nicht ganz so schnell wie Tobias Huch, der war nochmal ein paar Minuten schneller. Aber ich taste mich langsam an seine Geschwindigkeit ran. So, und ich wollte mit euch jetzt nochmal ein paar Medienreaktionen durchgehen. Ich wollte mit euch noch ein paar weitere Perspektiven, die wir von dem Attentat haben. Ein paar Bilder, die wir von diesem Attentat haben, durchgehen. Zu allererst mal, ich zeige euch nochmal ganz kurz das Video. So, das war das eigentliche Video von der Live-Übertragung. Wir sehen hier, wie zwei oder drei Schüsse fallen des Attentäters. Dann, wie sich Trump an den Kopf greift. Und dann, ja, zu Boden geht, schrägstrich sich runter duckt. Es sieht relativ kontrolliert aus, wie er da runter geht. Wahrscheinlich ist er an Deckung gegangen. Vielleicht ist er auch zusammengebrochen. Kann ich jetzt nicht ganz genau beurteilen. Wir haben von der gleichen Situation, von dem gleichen Moment auch nochmal eine Handyaufnahme. Aus dem genau anderen Winkel quasi. Die Kamera wird in der anderen Aufnahme hier gewesen sein, irgendwo. Von hier gefilmt haben. Keine Ahnung, ich kann es nicht ganz genau sehen, jetzt wo die Kamera war. Aber es ist jetzt quasi der genau andere Winkel. Gleicher Moment. Erster Schuss. Ihr hört auch, die Schüsse klingen jetzt wesentlich lauter und wesentlich eher nach Schüssen. Weil diesmal nicht sein Mikrofon aufgezeichnet wurde. Das ja nur auf seine Stimme fokussiert ist. Also wenn jetzt hier von 20 Metern Entfernung mich jemand anschließt, würdet ihr auch nur eine Art Klicken hören. Weil das Mikrofon halt auf meine Stimme fokussiert ist. Genau wie bei Trump hier. Das sollte ja seine Rede übertragen, die Live-Übertragung. Und nicht das gesamte Publikum und so weiter. Deswegen war das halt in der Originalaufnahme nur so ein leises Klicken. Haben sich einige gewundert. Einige Waffenexperten haben auch direkt gesagt, dass das Paintball-Kugeln waren. Fand ich sehr interessant. Da haben einige Leute gezeigt, wie wenig sie Ahnung von irgendwas auf dieser Welt haben. Und sich gänzlich barmiert. Hier hört man es auf jeden Fall wesentlich lauter. Genau aus dem Grund, weil das hier einfach das Handy-Mikrofon war. Und letztendlich sehen wir hier auch die gleiche Situation. Er greift sich an den Kopf. Hier. Und dann filmt die Kamera leider weg. Jetzt geht er zu Boden. Kannst du nochmal kurz laufen lassen. So. Und die bücken sich dann im Publikum. Ähm. Apropos Publikum. Ähm. Es soll einen Toten im Publikum gegeben haben. Diese Information ist mittlerweile leider bestätigt. Ähm. Einer weiteren Frau wurde wohl in die Hand geschossen. Ähm. Ja. Also es gab einen Toten aufgrund dieses Anschlages. Zwar nicht Trump. Aber wie gesagt ein Zuschauer der Veranstaltung. Und eine weitere Verletzte im Publikum. Ähm. Trump geht es wohl gerade den Umständen entsprechend gut. Er hat jetzt aktuell keine, ähm. Er hat wohl keine schwereren Verletzungen davon getragen. Er steht nicht unter Lebensgefahr oder so. Das war ja gestern Abend schon. Dann relativ schnell draußen die Meldung, dass es keine Lebensgefahr für Trump mehr gibt. Glücklicherweise. Ähm. Und hier wollte ich euch nochmal ganz kurz die Aufnahme zeigen, wo wir sehen können, wie die Sniper des Secret Service, ähm, auf den Attentäter geschossen haben. Weil der Attentäter lag ja auf einem Dach, ähm, gegenüber von dem, gegenüber von dem, von der Kundgebung, also quasi hier. Und hier sehen wir halt die Scharfschützen, die in diesem Moment, bevor der erste Schuss fällt, schon in die Richtung zielen. Also die zielen gerade ganz klar schon auf, ähm, den Attentäter, bevor er geschossen hat. So, das war der erste Schuss, nicht vom Scharfschützen. Das war der erste Schuss vom Attentäter. So. Und jetzt? So, und das sind jetzt die Schüsse. Also hier sehen wir für einen kurzen Moment nach dem ersten Schuss. Wir stoppen mal direkt nach dem ersten Schuss. So. In dem Moment schaut der Scharfschütze ganz kurz nach oben. Seht ihr das? Hier. Der schaut nicht in sein Zielfernrohr hier gerade. So. Da hat er kurz abgelassen quasi. Und in genau diesem Moment schießt dann der, äh, Attentäter zuerst. So. Und dann guckt er wieder in sein Zielfernrohr und schießt jetzt von seiner Seite aus dann auf den Attentäter. So. Das sind dann quasi alle Schüsse, die, äh, weiter kamen, waren dann von den Snipern. Ähm, hier noch mal ein Bild, das ich auch sehr interessant fand. Es gibt tatsächlich ein Foto davon, wie wir genau die, äh, Kugels sehen, das Projektil, das auf Trump zufliegt. Hier in die Länge gezogen natürlich, weil die Kamera eine gewisse Zeit braucht zum Belichten. Ähm, und an dem Winkel kann man es auch eigentlich schon ganz gut erkennen. Weil dadurch, dass es halt in die Länge gezogen ist, erkennen wir, in welche Richtung die, äh, das Projektil geflogen ist. Ähm, woran man auch abschätzen kann, dass es tatsächlich sehr knapp war und Trump extrem großes Glück hatte, dass er in diesem Moment seinen Kopf zur Seite gedreht hat. Gucken wir mal jetzt. So. Wäre in diesem Moment geschossen worden, eine Sekunde früher, wäre Trump jetzt vermutlich tot. Oder zumindest, ähm, würde er ziemlich, wäre er ziemlich lebensgefährlich verletzt worden. In diesem Moment dreht er sich ein wenig zur Seite, weil, weil das Projektil kam ja von hier. Hier, jetzt wäre er hier ins Gesicht geschossen worden. Er dreht sich ein wenig nach vorne, so, und jetzt fliegt das quasi hier vorbei. Das ist das, was wir auf, äh, dem Bild erkennen. Das fliegt hier vorbei. Und dadurch wurde er tatsächlich nur hier am Ohr getroffen. So. Und das war quasi nur ein Streifschuss. Ähm, was den Täter angeht, gab es tatsächlich auch verschiedene Meldungen mittlerweile. Und da ist die Situation gerade immer noch relativ unklar. Es gab einen Trittbrettfahrer, der eindeutig nicht der Täter war. Der es für offenbar so cool hielt, ähm, einen Mordanschlag auf Trump auszuüben und eine unbeteiligte Person im Publikum zu töten und eine andere zu verletzen. Dass er sich für den Täter ausgeben wollte. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Mein Name ist Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. So, das ist er aber nicht. Also der hat sich dafür ausgegeben, obwohl er nicht der Attentäter war. Ähm, fragt mich nicht warum. Vielleicht wollte er von irgendjemandem erschossen werden. Vielleicht wollte er sich in Lebensgefahr begeben. Vielleicht fand er das so cool und wollte sich damit schmücken. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Attentäter gewesen. Weil man auch, äh, tatsächlich ein Bild des Attentäters hat. Ähm, kann ich euch leider nur sehr stark zensiert zeigen. Das ist das hier. Ich zeig das euch in einer zensierten Version hier, die unproblematisch sein sollte. Aber alleine hier erkennt man schon ziemlich klar, dass es nicht die gleiche, dass es sich hierbei nicht um die gleiche Person handelt. So, wartet mal. Genau. Das hier ist der Attentäter, nachdem er erschossen wurde. Äh, auch ein sehr nahes, hochauflösendes Bild hier aus der Nähe. Ich hab alles zensiert, was irgendwie nach Blut aussieht. Genau. Ähm, ist definitiv nicht er hier. Das ist mittlerweile von allen Seiten bestätigt. Ähm, eine Theorie war tatsächlich, dass es sich bei dem, bei dem Attentäter um ihn hier handelt. Die Übereinstimmung optisch wäre ziemlich hoch. Auch die langen Haare und so weiter. Ich kann euch dieses Bild leider nicht, ähm, ich kann euch das Bild leider nicht ganz zeigen. Weil, wie gesagt, würde mir Probleme bringen. Äh, könnt ihr aber selber schauen. Auf meinem Twitter gibt's das. Äh, optisch passt es relativ gut. Aber, es stören mich mehrere Sachen mittlerweile. Und zwar einerseits die Nase, die ihr hier nicht sehen könnt. Und andererseits vor allem das Ohr. Darauf hatte mich Tobias Huch aufmerksam gemacht. Aber guck, guck mal hin. Hier. Das Ohr sieht relativ, relativ markant aus. Wir haben hier zwei Kanten nach oben. Wir können hier natürlich nicht das Ohr sehen. Aber was wir sehen können, ist, dass ich hier einen Frog im Ohr hatte. Das ist so ein Piercing, wo man halt eine relativ große Stelle sehen würde, wenn man das entfernt. So. Und das ist halt hier nicht wirklich zu erkennen. Ich meine, das könnte hier irgendwie sitzen. Aber das sieht tatsächlich eher nach einer Falte aus, als ob da wirklich so ein Flock drin war. So. Und aktuell gibt es dann eben die Theorie, dass der Name hier tatsächlich korrekt war. Thomas, äh, Thomas Matthew Crooks. Ähm, das wäre diese Person hier auf der Seite. Weil eben das Ohr sehr identisch aussieht. Wir haben hier auch die zwei Kanten nach oben. Und auch die Muschel würde mehr oder weniger übereinstimmen. Für mich persönlich sieht das Ohr hier aber deutlich größer und vor allem abstehender aus, als das hier. Ich meine, das könnte jetzt auch daran liegen, dass hier halt die Haare das Ohr nach oben drücken. Aber, also wenn wir die reine Form hier annehmen, ja, stimmt überein. Mich stört allerdings, wie gesagt, der Winkel vom Ohr und die Größe allgemein. Also, ob das jetzt dieser Thomas Matthew Crooks war oder nicht, ist halt schwer zu beurteilen. Das Bild von ihm hier ist älter. Ähm, deswegen ist das halt auch nochmal schwieriger. Mh, aber die Frage wird sich eh noch klären. Damit wird sich ein Gericht beschäftigen. Und das wird ja auch ziemlich sicher herausgefunden. Da mache ich mir wenig Sorgen drum. Das ist jetzt halt aktuell nur ein, halt im Moment noch unklar. Ähm, ist jetzt natürlich schwerer zu beurteilen. Aber, das wird sich wie gesagt klären. Eine andere Sache, die sich gar nicht klären wird, sind allerdings solche Tweets hier. Ähm, von El Hotzo auf Twitter. Der schrieb unter anderem Sätze wie, leider knapp verpasst. Leider knapp verpasst. Oder auch, ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Ähm, kleine Frage an El Hotzo an der Stelle. Ähm, kannte er die Person im Publikum jetzt näher, die da gestorben ist bei? Und weiß, dass das zufällig ein Faschist war? Weil, soweit ich weiß, ist das die einzige Person, die gestorben ist. Äh, und... Ja, ich habe jetzt keine Gegenbeweise, dass es kein Faschist war. Also, er sollte uns hier an der Stelle aufklären. Etwas weird ist es nur dann, gleichzeitig zu schreiben, dass er Trump leider knapp verpasst hat. Was mich eher zu der Annahme bringt, dass er Trump tatsächlich als Faschist sieht. Und sich gefreut hätte, wenn dieser stirbt. Absolut widerlicher Tweet, den er auch mittlerweile gelöscht hat. Ähm, auch noch zu feige, das stehen zu lassen. Ich schätze, er wird dafür wahrscheinlich keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten haben. Auch wenn ich mir das Gegenteil erhoffen würde. So. Etwas weniger ekelhaft, aber auch schon weird, waren auch die Postings der Öffentlich-Rechtlichen zu dem Thema. Und zwar wurde unter anderem in einem Bericht von... Ähm... In einem Bericht von, das dürfte ARD sein vom Layout her, geschrieben, es ist unklar, ob Trump verletzt wurde. Das war tatsächlich eine Meldung, die so rausging. Mit dem Bild hier. Es ist unklar, ob Trump verletzt wurde. Gleiche Meldung, das Bild hier. Hm. Schwierig. Woran könnte man erkennen, dass Trump hier vielleicht verletzt wurde? Es ist quasi unmöglich, darauf einen Rückschluss zu ziehen, oder? Ähm... Genau, dann gab es auch noch die Aussage hier in der Tagesschau, äh, wo von einem Zwischenfall geredet wurde. Das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz. In den USA hat es bei einer Wahlkampfveranstaltung von Ex-US-Präsident Trump in Pennsylvania einen Zwischenfall gegeben. Es ist die Rede von Schüssen gewesen... Einen Zwischenfall. Einen Zwischenfall hat es gegeben. Es hat nicht einen Mordanschlag gegeben, sondern... Einen Zwischenfall. ...die gefallen sein sollen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hob eine Faust, während er vom US-Geheimdienst zu einem Fahrzeug eskortiert wurde, wie Videoaufnahmen von der Veranstaltung zeigten. Das Material zeigt Blut an seinem Ohr und Scharfschützen auf einem Dach in der Nähe der Bühne, auf der Trump gestanden hat. Also, es gab einen Zwischenfall. Trump hat bösartigerweise anscheinend hier eine Faust noch gehoben und dann waren da Scharfschützen. Hier wurde er immerhin schon verletzt. Gut, das haben sie hier an der Stelle dann auch bemerkt, dass das Blut wahrscheinlich keine zerquetschte Tomate war. Aber genau, wir haben Scharfschützen vom Secret Service, die auf den armen Angreifer geschossen haben oder vielleicht waren die auch die Täter, wissen wir, stand jetzt nicht. Laut ARD hier. Und andererseits gab es da so halt einen Zwischenfall. Was auch sonst. Ja, verfehlt die Berichterstattung natürlich gänzlich. Dass das klar ein Anschlag war, sollte zu dem Zeitpunkt bekannt gewesen sein. Ich habe das in meinem Video zu dem Zeitpunkt schon klar so benennen können. Ich weiß nicht, was ARD hier dazu geritten hat, das so zu formulieren. Ich meine, du sagst halt kein Wort zu dem Angreifer, aber sagst was dazu, ob das jetzt, welche Scharfschützen vom Secret Service da jetzt waren. So als wäre das in irgendeiner Form relevant bei dieser Berichterstattung. Eine weitere Aussage, auch vom ARD, war das hier. Das war mindestens genauso weird. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Vor wenigen Minuten hat das FBI eine offizielle Stellungnahme abgegeben zu den neuesten Ermittlungsergebnissen. Demnach haben sie jetzt eine Identität des mutmaßlichen Schützen. Es handelt sich um Thomas Matthew Krugs, einen 20 Jahre alten Mann. Ich weiß dann jetzt nicht, ob diese Information stimmt. Könnte auch falsch sein. Weil, wie gesagt, wir hatten ja vorhin dieses Video hier. Wo war es? Dieses Video hier. Der hat sich ja für Thomas Matthew Krugs ausgegeben. Und einige haben jetzt den Rückschluss gezogen. Der hat sich diesen Namen ausgedacht. Und deswegen ist Thomas Matthew Krugs quasi nicht der Schuldige. Andere gehen davon aus, dass er den Namen quasi übernommen hat, als es schon halt eben bekannt war, dass dieser Name jetzt gerade verdächtig ist oder dieser Name gerade für den Täter gehalten wird. Ist Stand jetzt immer noch unklar, soweit ich weiß. Ich habe da jetzt noch keine endgültige Aussage zu gefunden. Der ungefähr eine Stunde entfernt aus einer anderen Kleinstadt kommt, die nennt sich Bethel Park in Pennsylvania. und ungefähr eine Stunde entfernt liegt. Und von der Einwohnerschaft ist es sehr interessant zu sehen. Sie hat ungefähr 33.000 Einwohner, also es ist eine Kleinstadt. Und 97 Prozent ungefähr sind Weiße und nur 1,2 Prozent ungefähr jeweils anteilig, dunkelhäutige Hispanics, also Menschen anderer Ethnien. Also 97 Prozent sind Weiße. Aus der Stadt, wo der vermutete Täter herkommt. Das sind 97 Prozent Weiße. Mich würde auch noch interessieren, wer der Bürgermeister dort ist. Ob in der Stadt zuerst Müsli oder das Milch in die Schüssel gegeben wird im Durchschnitt. Oder solche Dinge. Wären halt interessant, oder? Auch eine wichtige Info, wenn man gerade von dem Attentat eigentlich meinen Zwischenfall spricht. Ich weiß nicht, was das sollte, dieser Einstub hier. Es hat, glaube ich, alle nur verwirrt, ehrlich gesagt. Ja, es war komplett deplatziert, komplett seltsam. Ich weiß nicht, warum die Öffentlich-Rechtlichen bei dem Thema so dermaßen immer wieder so einen Müll produzieren. Man kann es ja kaum anders sagen. Es scheint da irgendwie ein Problem bei dem Thema zu geben. Dass man da irgendwie ein Problem hat, gute Berichterstattung drüber zu bringen. Ja. Und sie waren nicht so schnell wie ich. Schreibt mir eure Meinung zum Thema gerne mal in die Kommentare. Ich habe jetzt versucht, hier ein paar Reaktionen mal zusammenzufassen. Nochmal ein paar Sachen dazuzugeben, die ich gestern noch nicht sagen konnte. Wie gesagt, an alle Menschen, die dieses Attentat nicht entsprechend verurteilen. Ich kann nur sagen, dass ich solche Menschen verachte. Und ihr könnt gerne eure Meinung zum Thema in die Kommentare schreiben, solange es nicht so ein menschenfeindlicher Müll ist.